Hallo und herzlich willkommen zurück zur weiteren Folge Mass Effect 3. Äh, was machen wir eigentlich? Journal, Mission, G. Ah, okay. Ich glaube, wir müssen noch zu Chanka. Schauen wir einfach mal. Ich, ich, Entschuldigung, mein Sound ist gerade ein bisschen leise. Ich verwundere mich gerade ein bisschen. Ha, na gut. Also, wir müssen nach, äh, Tuchanka, glaube ich. Erstmal müssen wir mal zum Mass Effect Relay. Und vielleicht auch gleich nochmal auftanken. Kann nicht schaden. So, was, was ist das hier? Ne, das ist, ich glaube, da war ich schon. So, genau. Citadel, ja, auf Tuchanka haben wir jetzt natürlich Arsch voller Missionen. Drei, um genau zu sein. Egal. Erstmal hin. War auch mal lauter. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss mal gerade... Mission, was ist denn da los? Sound? 90 Prozent. Komisch. Habe ich auch nichts dran verändert. Na gut. Müssen wir erstmal damit klarkommen. So, wir müssen... Diese drei Missionen irgendwie... Ah, ah, okay. Das sind verschiedene Missionen auf Tuchanka. Ähm, äh... Äh, Cure the Genophage ist natürlich hart. Das ist, glaube ich, die nächste Story-Mission. Extracturian Survivors. Ich glaube, das mache ich als erstes. Und, wir haben immer noch nicht viel mehr Leute... Also, was heißt, wir haben immer noch nicht mehr Leute? Ich nehme ihn mit und ich nehme sie mit. Finde ich ein bisschen schade, weil im zweiten Teil ja so... Haupt-Missionsziel quasi, Leute zu finden. Und jetzt, äh... Hm, naja. Oh, was ist das hier? Warp Ammo. Blast... Already lifted by Biotics for a Damage-Bonus. And weaken the armor of Grounded. More damage to barriers and armor. Haa. Gar nicht schlecht. Ich glaube, das nehme ich mal. Ist gekauft. Die nächste Stufe. Increase damage to lifted targets. Increase health and armor damage. Barrier damage. Okay, kaufen wir das noch und das noch. Und das war's auch schon. Als nächstes können wir dann was auswählen. Increase health and armor. Increase barrier damage. Oder... Squadmates gain warp ammo. Haa. Okay, ich muss gerade mal was nachschauen. Disruptor ammo. Äh... Ah ja, health damage Bonus gibt's aber auch. Ja. Okay, verstehe das. Das bringt also tatsächlich auch was, diese Munition einzusetzen. Also auch gegen health. Das Crash-Site's a nightmare. Edie, try to raise Lieutenant Victus. Yes, sir. Für a Turian, Commander, what happened here is... Let's just say the Turian coat is not forgiving. And that it's his son is bad for the Primark. Promoting family without merit can bite you in the ass. What's strange is the Primark knows that. Commander, I have to land well back from the main Crash-Site. That the best you can do? Yes, sir. But the Reapers seem unaware of our presence. You might get the jump on them. All right, set her down. Let's save this platoon. Okay. Did you raise Lieutenant Victus? Yes. But the connection is bad. Patch me in. This is Commander Shepard, Alliance Navy. Do you read? This is Lieutenant Tarquin Victus of the 9th platoon. We're binned by Reaper Harvesters and taking heavy casualties. Also, there are pockets of my men scattered along the Crash trajectory. Lieutenant, I need you to fire a flare so I can find your position. Got it. Things get worse by the minute. My men are dying! This sounds bad. Let's move. Dann wollen wir die doch mal retten. Was? Hier war gerade irgendwas. Harvester. Wo ist denn der Harvester? Ich sehe gar keinen. A secretarian mission on Tchanka is especially odd. Thoughts? Maps of the area list no important resources. Die wollten Schindluder treiben. Haben wahrscheinlich hier irgendwo eine Bombe platziert. Wie machen wir das denn am besten? Ich würde sagen, wir hauen erstmal... Was hauen wir denn da rein? Concussive Shot. Ne, ich würde gern... Genau, Incinerate. Mache ich auch. So, das war schnell wie es ging. Mehr geht nicht. Was ist das? Ah, irgendein Zeug. Kredite. Dass wir uns auch was hübsches wieder kaufen können. Es sah aus wie ein... Wie eine Maschinenpistole. Okay. Auditory. Was? Da, dann wollen wir sie mal fertig machen. Wo sind sie denn? Ich sehe sie gar nicht. Ah, hallo. Oh. Moment, ich habe auch gar keine Munition drauf. Sehe ich gerade? Ich brauche... Was brauche ich denn? Ich nehme mal die Disruptor. Cryo. Ich nehme mal die Warp... Ammo. Warp ist gut gegen... Schilde und... Nicht Schilde. Gegen Rüstung und Barriers. Okay, könnte mir hier mal jemand bitte gerade... Danke. Sehr gut. Die macht ja auch nicht Schaden. Die Munition. Die Munition. Die Munition. Wo? Wie? Wo? Oh, okay. 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 Äh. Moment. Äh, äh, wo ist Warp-Ammo? Da ist Warp. Okay, Feuer, Leute. Tut mal irgendwas. Ich würde gerne, kann ich da rüber? Ja, cool. Das war ja einfach. So, ich glaube, da hinten lag aber noch Munition rum. Da könnte ich da ein bisschen was von brauchen. Jawohl. Ne, das waren nur Granaten. Die vergesse ich auch immer wieder, dass es hier Granaten gibt. Aber Granaten sind hier auch eigentlich nichts anderes als eine Fähigkeit irgendwie. Mit begrenzter Anzahl von Einsätzen. Da ist die Lieutenant Victus. Das ist das 10. Das ist das 10. Das ist das 10. Sure, but you can't shame a village for raising a bad kid, Edie. Ah, da wird doch schon wieder gekämpft. Und, hallo. Oh. Ein Marauder. Kommst du denn her? Oh, noch mehr Harvester. Oh, herzlichen Dank. Alter. Ich würde gern, hätte gern hier mehr. Mehr Action. Oh, shit, wo kommt ihr denn her? Äh, äh. Alter. Ich, wo bin ich? Alter, ich hab mich so auf den Harvester konzentriert. Scheiße, den hätt ich gern noch kalt gemacht, aber gut. Ich glaube, wir haben alle diese Männer. Komm, hier hin. Äh, schade. Egal. Einen Harvester haben wir ja schon getötet, das reicht. Erstmal. Ja, ja. Ist schon klar. Ob ich lese, fragt er. Ja, ich lese sogar sehr gerne. Ei, ei, ei. Oh, Mann. Nein. Okay, was war nochmal Nahkampf? Verdammt. Ne, eh nicht. Was war denn... Moment, was war ein Nahkampf? Ah, doch, F. Alles klar. Wunderte mich schon. Hat eben irgendwie nicht funktioniert. Au. Noch ein Harvester. Au. Au. Alter. Die Dinger sind echt explosiv. Wo sind wir denn hier? Das ist alles... Das ist ja alles irgendwie Kampfgebiet. Alles mit diesen... Oh. Ups, Entschuldigung. Mit diesen Chest-High-Walls, aber... Aber irgendwie keine Gegners. Ich frage mich, ob ich gleich nochmal hier zurücklaufen muss. Oh, Sniper-Rifle-Extend-Barrel. Sehr gut. Das können wir brauchen. Oh. Okay, der ist schon weg. Da ist noch ein Marauder. Sekunde, für dich habe ich was. Oh. Oh. Okay, der ist schon weg. Und ein Blue ist sehr schön. Oh nein, jetzt... Genau in der Sekunde geht er natürlich in Deckung. Ja, das ist ein bisschen viel erledigt. Okay, bisher kein Problem. Ich habe nur ein bisschen Sorge, dass mir gleich die Munition ausgeht. Deswegen, warum ist Ivi hier zweimal? Okay, kein Problem. Oh, der hat noch Schilde. Moment. Die können wir eben gerade mal abnehmen. Und dann gibt es noch... Och, die noch. Oh, die nächsten. Oh, noch einer mit Schilden. Ah, ich habe nichts gegen Schilde. Okay, das bringt gar nichts. Ah, okay. Das war es schon mit seinen Schilden. Ah, toll. Die landen hier, oder was? Das ist ja sehr praktisch. So, jetzt aber. Weg damit. Und der nächste bitte. Okay, ich habe das Gefühl, wir müssen uns... Au. Was zum Teufel ist das? Was schießt das schon... Oh, da ist schon wieder der Harvester. Wo ist er? Da ist er. Alter. Okay, andere Waffe. Ah, wo? Heck hier. Alter. Die habe ich nicht gesehen. Also, zu spät gesehen. Oh shit, oh shit. Da wurde es plötzlich ein bisschen schwierig. Die ganze Zeit relativ... Relativ einfach, aber dann... Und weg, weg, weg. Hier ist eine Granate. Alter. Alter. Gott. Meine Fresse. Das war knapp. Okay, Sekunde. Ich versuche mal, Gareth wieder zu beleben. Halt, ich soll... Mach doch... Mach doch was. Warum macht der denn nichts? Das geht nicht. Oh, Moment. Was soll das denn? Was wird denn das für eine Aktion da? So, Kinders, ich würde gerne Gareth wieder beleben. Jetzt aber. Geht doch. Meine Fresse. Ah, schon wieder eine Granate. Weg hier. Wow. Alter, genau reingelaufen. Ey, wieso ist das jetzt plötzlich so schwer geworden? Mann, 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 Mann. Okay, nochmal. Das ist doch gar nicht. Wann, da war ein Marauder. Okay, wir müssen irgendwie diesen Blut loswerden. Gut, das war das. Au. Okay, ich glaube, wir haben uns wieder ein bisschen... ein bisschen freigekämpft hier. Moment. Auf. Das war nicht so geplant. Na, toll. So, jetzt... Ach, immer noch nicht. Verdammt. Braucht noch immer so ewig, um ihre Dinger aufzuladen. Scheiße, ich habe keine Munition mehr. Vorrücken, Freunde. Scheiße, ich brauche Munition. Ich brauche ganz dringend Munition. Okay. Sehr gut. Sekunde, für dich da hinten habe ich was. Ach, das ist General Victus anscheinend. Ah, verflucht. Okay, weg hier. Ich brauche irgendwo Deckung. Scheiße, der ging daneben. Ah, komm, der... Oh. Wow. Alter, das ist aber auch geil, wie die Dinger explodieren. Boah. Nice. Nice. Okay, Munition noch mal ein bisschen aufgefüllt. Scheint aber jetzt voll zu sein. Jo, wir haben es geschafft. Leg mich am Arsch. Ganz schön anstrengend. Okay. General Victus. Was sagst du? Lieutenant Victus? Commander Shepard. My men and I are in your debt. Thank you for saving so many. What happened here? He screwed up. Stand down, soldier. These men are dead because of him. I said, stand down. Hey, I just saved all your asses, so everyone just calm down. Lieutenant, what's going on here? I made a bad call. This is all on me. I chose caution and clever tactics over a head-on attack. And my men paid the price. You mean the crash? Yes. We could see on Hollow that Reaper forces were blocking our intended path. Staying on course guaranteed heavy casualties. So I chose a safer route. Skirting the enemy. And that took us low and through these ruins. When we encountered resistance, there was no room to maneuver. Suddenly, we were in a fight for our lives. A lot of my men lost that fight. Owning your mistake takes guts. But you have to get over it and move on. Of course. It's just fresh right now. Our mission's still a failure. When we've stabilized the injured, we'll head back to the fleet. You're abandoning your mission? We're down over 30 men. It'd be suicide. What exactly did you come here to do? There's a bomb on the planet. We were sent to defuse it. A bomb? How big? Enormous. Cerberus has it. Lieutenant, if Cerberus has that bomb, you have to finish your mission. Haven't these men sacrificed enough? I understand. This kind of sacrifice is the hardest to ask for. But your men signed on for it. And so did you. My men have lost hope, Commander. Even if I wanted to finish the mission, they don't. It's your job to make them want to. How? Their sacrifice means that others will never face what they've faced here today. Remind them that those sacrifices have no honor if the mission fails. Men, I own what happened here today. But we have to carry on. No, we don't. Who cares about a few dead Krogan? It's over. We are Turian. And we will not let Cerberus succeed. Our sacrifice is the difference between life and death for this entire galaxy. Let the heroes of the Ninth Platoon be remembered for performing their duties with bravery. All right, men. Shuttle's arriving any minute. We're moving out. Commander, come with us. We're a shell of what we were. We could use the help. Send me the nap point. I'll see what I can do. Thank you. That'll give us time to do a little recon. See what we're up against. Victus, you have a second chance here. Make their sacrifice count. Understood, Commander. Hope to see you at the rendezvous. Cerberus bomb. What the hell is going on, Commander? And what do the Turians have to do with it? Coordinates Victus gave me place it in the Kelphic Valley. It's a heavily populated area. That's all I know. My gut says something's not right here. What do you suggest? Get the Primark to come clean. Should we alert the Krogan military? I'd wait. We're in the dark here. Krogan-Turian relations are fragile until the Genophage is cured. Let's not push it. And how about this bomb? How many troops does Cerberus have on this? No idea. All I know is, we can't have them detonating that bomb. Keep me in the loop. Hack it out. Primark Victus. Impressive work on Tuchanka. I'm grateful that... Why didn't you tell me about the Cerberus bomb? Why hide that? What else are you keeping from me? I have nothing for you. For our alliance to work, I need to trust you. Our friendship is new, Commander. Would you trust me with information that puts your people, puts Earth, at risk? Why would I jeopardize our alliance by lying to you now? Doesn't make sense. Decisions like these weigh heavy on me. When I was a general, I could pass them up the chain of command. But now, I'm all I've got. Know what I mean? Sure. And, and, and that's all. Wait, there is one more thing, Commander. Thank you for saving my son. Also doch ne Bombe. Allerdings von, äh, von Cerberus anscheinend. Okay. Das, äh, ist grad ein bisschen komisch. Das ist so, als wäre die Mission in der Hälfte irgendwie abgebrochen. Weil eigentlich dachte ich, jetzt geht's weiter zur Bombe. Aber gut, das ist wohl ne neue Mission, die wir dann, äh, auch in der nächsten Folge erst anfangen werden. Denn diese Folge ist schon wieder vorher. Jawohl, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Und wie immer, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Über einen Kommentar freue ich mich immer. Adams will mit mir sprechen. Äh, beim nächsten Mal. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.